Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war mal bei, naja, zumindest lichttechnisch schönem Wetter, nochmal bei dieser Station hier, die ja LTE 700 bekommen soll, von der ich schon mal ein Video gemacht habe. Und ja, hatte zwar diesmal auch eine ordentliche Kamera dabei, leider war es allerdings so windig, dass ich das jetzt nochmal aufnehmen muss und hat demnach auch ganz schön gewackelt mit dem Zoom. Naja, wir sehen hier auf jeden Fall mal die Antennen und den Mast ein bisschen näher und jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, ob ihr denn aus diesen Antennen raus irgendwas erkennen könnt, ob die schon wirklich kompatibel wären mit LTE 700 beziehungsweise allgemein mit dem Band 28 oder ob die noch getauscht werden müssen. Na, da konnte man, da kann man die Antennen ganz gut sehen. Hier ist hinten noch ein Aufkleber drauf, da steht aber auch nicht viel. Hier TDE Sicherheitsabstände, ja, was auch immer TDE bedeutet. Hier steht Telefonica, wahrscheinlich heißt Telefonica Deutschland. E Plus steht aber auch noch mit dran. Und ja, soviel mal zu dieser Station, dass man das nochmal von nahe sehen konnte. Schloss ist auch da, wie man gesehen hat. In diesem Sinne, schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu den Antennen denkt und tschüss, bis zum nächsten Mal. So sieht das hier aus. So sieht das hier aus.